Dann guck mich nicht zu blöd. Der Wagen fährt doch, oder? Hier. Was ist mit dir? Scheiße, eine zu wenig. No problem. Ich wusste nicht, dass du auch gegen Madame Pankow. Wo ist denn jetzt euer Plastiktütenexperte? Der ist bestimmt schon drinnen. Winkelmann ist nicht da. Aber es ist alles gut zu töten. Ihr beide halten den Raum auf die Straße. Lieber Frau, hol's ab! Ich habe ihn nicht. Scheiße. Den hoeren Dinkelmann seid mit Bezugelut. Auf den Boden. Los! Hey, der Mann kann die Spiegel machen. Wie geht's dir, Alter? Alles klar? Aufs Verrecken keine Zwiebeln, das sag ich dir. Dann überfallen wir die Bank einfach. Die wird ja nachts suchen, oder? Hi! Gehen Sie! Wenn die Heime-Bank dann nicht gefällt, dann weiß ich nichts mehr. Okay. Situation auf die Heime. Das ist ein Hold-Up. Wir sind alle glücklich, wenn es vorbei ist. Wir, die Gangsters, und Sie, die Kleons. Je mehr Co-operativ Sie sind, desto schneller wir alle rauskommen. Okay? Fazit. Was? 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 Ich weiß, was du denkst. Du denkst, ich bin Spinner. Hör mal, hör mal, hör mal. Boom, 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 boom. Nix gehört? Boom, 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 boom. Dönner. Ohne Zwiebeln. Dönner. 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 Die ändert, Keine Zwiebeln. Dönne. core. Dönner. Dönner. Los, freut euch!